Moin Leute, Servus und Herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um zwei Tipps für den Moor gegen Freitag geben. Wir hatten im letzten Video drei Tipps, einer davon ist heute noch offen. Der andere war der Ingolstadt-Sieg, den hatten wir richtig und wir hatten den AC Mailand-Sieg. Ging leider 0-0 aus in 90 Minuten. Ja, passiert, aber jedes Coppa Italia-Spiel ist in die Verlängerung gegangen von den Top-Teams. Von daher glaube ich, haben da die wenigsten was getroffen. Trotzdem habe ich heute wieder in einer sehr guten Liga etwas, und zwar in der zweiten holländischen Liga. Eine Liga, die bisher auch noch nicht enttäuscht hat, und zwar in der ersten Devise. Und das erste Spiel, was ich dir zeigen möchte, ist Roda Kerkrade gegen die Grafschab. Auf den ersten Blick mag das Performance-Technisch gar nicht so interessant sein, doch wenn wir uns mal die Teams anschauen, gegen die die jeweiligen Mannschaften gespielt haben, dann sehen wir hier bei Kerkrade, dass sie vor allem ihre Punkte bzw. unentschieden gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel geholt haben. Hier gab es zwar mal einen Achtungserfolg, gegen Breda ist Platz 5 in der Tabelle, aber ansonsten holen sie doch eher gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel ihre Punkte, und gegen Teams aus dem oberen Tabellenmittelfeld, sage ich mal, wird es dann schon schwer. Das sieht man auch am Hinspiel, 4-0 ging das aus für die Grafschab. Und die Grafschab hat hier zum Beispiel gegen Almere gespielt, Tabellenzweiter, in der 90. Minute das 1-0 bekommen. Also hier haben wir wirklich eine sehr stabile Mannschaft an sich, und das Ganze spiegelt sich auch in der Tabelle wieder. Die Mannschaft die Grafschab spielt eigentlich schon die komplette Saison um Platz 3 bis 2 mit. Und deswegen sehe ich hier auch keinen Grund, warum die Grafschab dieses Spiel gegen Roda Kerkrade nicht gewinnen sollte, beziehungsweise verlieren sollte in dem Fall. Wir sichern das Ganze ab mit den 0,01,625-Quoten gibt es hierfür. Ihr könnt es gegebenenfalls mit dem zweiten Tipp dann noch kombinieren, und zu dem kommen wir jetzt. Da schauen wir auf Tipico rüber, denn das Spiel gibt es bei Bet365 noch nicht. Ihr könnt die Grafschab natürlich auch im Head-to-Head bei Tipico tippen, geht ebenso. Young-Altma gegen Almere City ist das Spiel. Hier schauen wir kurz mal in die Statistik rein, und dann seht ihr die Siegwahrscheinlichkeit liegt bei 57% und die Chance, dass sie nicht verlieren, bei über 70%. Wir haben hier den Tabellenzweiten, der bisher erst ein Spiel verloren hat, gegen den Tabellenachtzehnten. Vier Siege in 19 Spielen hat Acerk-Altma zweites, die zweite Mannschaft von der Mannschaft, die ihr normalerweise in der ersten holländischen Liga kennt, geholt. Und diese Siege, beziehungsweise die meisten Punkte davon wirklich am Anfang der Saison. Insgesamt siehst du das auch in der schwachen Performance von Acerk-Altma zweites. Und eine weitere interessante Statistik finde ich die durchschnittlich geschossenen Tore. 2,3 an der Zahl für Almere, 0,8 bei Acerk-Altma. Insgesamt haben sie auch ein unfassbar schwaches Torverhältnis. Und ja, insgesamt können wir uns nochmal die Auswärtstabelle anschauen. Dort haben wir Almere auf dem vierten Platz und in der Heimtabelle haben wir Acerk-Altma auf Platz 20 mit lediglich einem Sieg in neun Spielen. Alles im All gehe ich hier deswegen von einem Direktsieg von Almere City aus. Ihr könnt, wie gesagt, das Ganze auch mit Head-to-Head bei Digraf-Shop kombinieren. Dann habt ihr gegebenenfalls eine 2,67-Quote oder ihr spielt es einzeln an, das ist dann euch überlassen. Ich würde es eher mit einem der Top-Teams kombinieren, dass ihr jeweils eine über 2er-Quote habt und das zusammen nicht anspielen. Aber wie gesagt, das ist euch überlassen. Also ich würde jetzt hier wirklich sowas wie Real Madrid oder oder. Da würde ich mich mal umschauen, was es da aktuell so am Wochenende gibt und das dann mit diesem Spiel jeweils kombinieren. Also zwei unterschiedliche Tipps, sodass ihr bei beiden dann über die 2er-Quote kommt. Ansonsten wäre es das mit dem Video gewesen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like. Ansonsten natürlich ein kostenloses Abo. Dann werden dir alle Videos und alle Tipps immer angezeigt. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Tippen und natürlich viel Glück. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Hau rein und ciao.